hey ciao jetzt bin ich mal auf der autobahn und was noch ganz cool ist bei dem model 3 da könnte die rückfahrt kamera wenn ihr wollt auch während der fahrt anmachen und das passiert hier über dieses symbol und so wird angezeigt ich sehe sozusagen nicht nur jetzt die rückfahrkamera finden sondern auch die seitenkameras rechts und links für den fall also das ist eigentlich ganz gut um toten winkel zu observieren oder was auch immer das geht glaube ich nicht wirklich bei bei jedem neuen fahrzeug auch der pilot hier ist 100 da muss ich manuell runter weil auf der autobahn erkennt er die verkehrszeichen nicht wirklich gut bzw gar nicht da hinten ist 80 das sehe ich weiß nicht inwieweit ja die kameras würden das schon noch sehen ich gehe vorsichtig ich weiß dass hier aber zum blitzer stehen wenn immer noch nicht auf dem pedal habt ihr vielleicht ein anderes fahrzeug was es auch kann schreibt es mir bitte in die kommentare das würde mich schon noch interessieren ich kann natürlich nicht alle ja so geht's also gute fahrt euch Ciao, ciao.